Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, ich bin Ariana und wir schauen heute in die Karten, was die uns sagen. Welcher Tag ist heute? Vielleicht ein Rat von dem Tarot und wenn das euch passt, dann wird das wirklich schön für euch, oder? Noch zusätzlich Engelbotschaften und ich hoffe, du kennst schon deine Karte, Stapel Nummer 1 meine Lieben. Der Engel der Gesundheit. Innere Stärke und Aufmerksamkeit sind der Schlüssel für deine Gesundheit. Denn wenn du dich in seelischem Gleichgewicht befindest, stärkst du sogleich deinen Körper und strahlst diese Energie und Vitalität nach außen aus. Durch Meditationsübungen kannst du dein inneres Gleichgewicht finden und lernst auf deinen Körper zu hören. Dein Engel wird dir helfen, dass du physisch und psychisch entspannt und stabil bist. Das ist sehr gut, wenn Engel so ein wichtiger Engel an deiner Seite ist. Page der Schwerte, meine Lieben. Hier sehe ich, dein Tag ist ein bisschen risikovoll, reich. Sei bitte vorsichtig. Hab immer Augen, Ohren offen. Höre auf deine Intuition. Könnte heute Kleinigkeiten, so Auseinandersetzungen, freche Wörter, vielleicht irgendwie Beschimpfungen können auch sein. Freche Verhalten, mit Kindern irgendwie Streit und Auseinandersetzen. Bitte pass auf deine Gesundheit auf. Weil diese Karte bringt mit sich so ein bisschen Nervosität und ja, nachher Folgen für deine Gesundheit können nicht so gut werden. Stapel Nummer zwei. Der Engel des Optimismus. Eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst deine Gedanken und Handlungen. Das stimmt, meine Lieben. Du hast es in der Hand. Durch positives Denken kannst du dich und dein Umfeld glücklich machen. Konzentriere dich auf deine Wünsche und Ziele. Ich gebe jetzt Wort und Träume. Das ist von mir. Und geh davon aus, dass sie in Erfüllung gehen werden. Dein Engel wird dich dabei unterstützen. Optimismus, das ist schon der Halbweg Erfolgs, meine Lieben. So, hier haben wir zehn Schwerter, meine Lieben. Nicht umsonst hast du heute Optimismus-Karte oder Engel, ja. Weil, schaut mal, etwas geht zu Ende. Rasch, schnell, abrupt, irgendwie unerwartet. Hier, diese Karte ist wirklich sehr schnell und unerwartet. Das könnte, zum Beispiel, schaut mal, beide Karten sind Schwerter. Das heißt, heute ist Energie in der Luft, streiten, schimpfen, beleidigen. Hier könnte Kündigung sein, hier können irgendwie Trennung sein, Streit, jemand belästigt, beleidigt. Kein guter Tag heute. Aber diese Engel sagt dir, denk positiv und schau nach vorne. Das, was war, ist vorbei. Schau nach vorne und die Sonne wird dir strahlen und Engel wird auf deiner Seite stehen und dich unterstützen. So, meine Lieben, ich wünsche, aber schaut mal, meine Lieben, trotzdem ist so gelbe Farben, gelblich. Ja, das bedeutet, trotzdem Hoffnung ist da, dass alles trotzdem gut verläuft. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.